40er zone hier bin jetzt an der grenze noch 526 kilometer sie ist dann auch noch eine tour machen vielleicht ja doch mit meinen eigenen trailers ist da ich muss dich mal lauter machen die autos und mein sound ist ganz schön lau die trailer macht die träume das hast du auch von der dinge runtergeladen aber hast du denn da groß halle ist nicht da jetzt ist ein youtube wie du sie gerade dachte du hast ein boss und eine halle als motto und aber hier so nein 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 so nein 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 Hm. ja wirkt mal sehen wer hier mit einem rkw mit 80 rumhaut ohne umzukippen alter warte mal den blinker aus ob es den hat bestimmt zu dicht bin ich den gekommen ja wenn du beim überholen zu dicht kommst dann bleiben die gleich hammerhart stehen ja 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 Ach doch, war der Ruckel, Junge. Ich dachte, hier ist hell genug. Nein. Ich bin mal... Achso, kann ja Pause drücken, bin ja im Singleplayer. Ich bin mal weg, viel Spaß noch. Alles klar, Sebastian. Danke, dass du vorbeigeschaut hast, hat mich gefreut. Schlaf gut, ne? Boah. Sagst du nicht... Na achta, ich fahr ja auch schon wieder zu schnell. Sagt mir auch keiner. Okay. 425 Kilometer nur, oder? Schnell runtergerasselt, die 1002 noch. Jo, was tut der denn so schnell ab? Warte. Entschuldigung, aber doch noch Zeit, aber schreibe dir erst mal nicht. Äh, okay. Schön, wenn du noch Zeit hast. Brauchst dich doch nicht zu entschuldigen, ist doch alles okay. Oh, jetzt soll ich wieder vom Gas gehen, Alter. Jetzt wird es hier auch noch einspurig im Tunnel. Nein. Nein. Nein, doch. Oh. Kennst du das denn vorher? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Louis de Vinesse oder so. Hm. Genau, oder die nackte Kanone macht der auch. Hm. Der hat er hier so. In den... In den einen Film... Nein, doch. Oh. Er sagt nein, der andere sagt doch und er wieder... Oh. Genau, ja. Wir fahren aber doch ganz schnell, der Verkehr hier vor mir. Egal, ich bleib erst mal bei... Irgendwo in den 70. Recht für den Tunnel. Ich habe nämlich keine Lust mehr zu bremsen. Gas, bremsen, Gas. Lieber fragt dann konstant ein bisschen langsamer. Und mein Fahrger überhaupt. Achso. Ich glaube, ich muss nach China fahren können. Ja. Ich hatte heute... Ich weiß nicht, warum ich den... Standardmotor wieder drinne. Hat der Kattel mal einen anderen Mod getestet. Alter, jo. Junge. Rückwärtsgang hast du nicht mehr gehört. Da piepen. Ganz, 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 ganz. Bin dir leise, wenn du ganz genau hingehört hast. Ähm. Wenn du einmal auf den Gas gedrückt hast, hast du gesagt, der LKW fliegt gleich, Junge. Ich sag, boah, nee. Raus damit. Ich sag, boah, nee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch ne Grenz? Oh, ist guter Boah, jetzt steht er hier Boah, ich rolle erstmal rückwärts Gornsch die Macht Ja, ich koch noch nicht Ich werd mich auch deswegen nicht abhetzen Scheißegal halt Ach, wenn denn Falk eh so weit hinten wie möglich Na ja Oh, danke Dass du mich rauslässt Boah Da klappert im LKW wenn du über die Huckel fährst Alter Durch den Sound-Mod Bin da muss mit 7 kmh rübergefahren Alter, der LKW hebt ab, Junge Das ist bei ATS viel cooler gemacht Denn so doll wie das im LKW hoppelt hier bei ETS Musst man Außenansicht machen wenn du rüberfährst Der bewegt sich kaum Da dürftest gar nicht so doll merken im Innenraum eigentlich Ja Da kannst du auch den Sag einfach mal Härtegrad kannst du sogar einstellen wenn manche LKWs Tschüss Sebastian Also sag mal Und dann sagt Amira Und dann sagt Amira ich fahr wie ne wilde Sau Alles klar Mhm So Ghost-Modus ja Scheiße wo musst du gelang Hier Puh Hehehe Oh das wär ja für dich wieder das Perfekte Nimm noch Casper Das Gespenst Ja Simpsons habe ich heute auch gesehen aber Die Datei war leider weg So sagt mir Simpsons Trailer plus LKW geholt Ja Ja Die Musik auch schon seit ne Stunden Ja Seit den hälften der Strecke ungefähr Okay. meiler mein lampen vorbei 150 jetzt noch die sonne geht auch wieder auf sehr schön so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017